Tina und ich sind der Meinung, dass Nachhaltigkeit bei unserem Konsumverhalten beginnt. Unverpackt einkaufen bei uns heißt, du nimmst deine eigenen Gefäße mit. Es können Gläser sein, es können Sackgallen sein. Eine Kundin ist mal mit einem Socken gekommen und hat da Linsen eingefüllt. Alles, was du mit hast und leer ist, vorher an der Selbstbedienungswaage abwiegen und das Gewicht irgendwie merken oder notieren und dann einfach alles abfüllen, was du brauchst in der Menge, die du brauchst und am Ende wiegen wir das alles noch einmal ab und rechnen genau das aus, was du eingekauft hast. Unser Sortiment reicht von Trockenwaren wie Nüssen, Nudeln, Reis und so weiter über Produkte in der Kühlung wie verschiedene Käsesorten, Joghurts im Mehrwegglas, über Haushaltsprodukte. Du kannst dir deine Reinigungsmittel bei uns selber abfüllen kommen und Alternativen zu Einwegprodukten. Unsere Produkte, vor allem die Trockenwaren, kriegen wir in Großgebieten. Das sind 5 bis 25 Kilo, im größten Fall Papiersäcke. Wir achten sehr auf Regionalität, also alles, was regional zu beschaffen ist, kriegen wir auch regional und da arbeiten wir eben sehr gern mit den regionalen Bauern zusammen. Wir haben unsere Leidenschaft zu uns im Beruf gemacht. Wir kommen jeden Tag so gern her und betreuen unsere lieben Kunden und freuen uns einfach jeden Tag auf die Arbeit. Fühl dich gut bei Unpackbar!